Was ist ein gesamtdeutscher Auftrag, einheitliche Lebensverhältnisse überall herzustellen? Das gilt natürlich auch für die Entlohnung. Für gleiche Arbeit muss es gleiches Geld geben. Aber dafür müssen wir in Ostdeutschland oder in den neuen Ländern die Wertschöpfungstiefe, die Wertschöpfungsintensität verbreitern. Und das schaffen wir nicht, indem wir Behörden neu ansiedeln, indem wir nur auf Logistik setzen. Wir brauchen Industrieansiedlungen, die die Zukunft gestalten. Das ist auch nicht das Zusammenschrauben von Batterien, sondern das ist in meinen Augen gerade zum Beispiel das Feld Künstliche Intelligenz. Wir haben tolle Universitäten, tolle Universitätslandschaften, stärkt diese Punkte, gibt ihnen ausreichend finanzielle und sachliche Mittel, um zu forschen. Das lockt Leute aus aller Welt an, auch aus Deutschland. Auch Rückkehrer kommen dann wieder zurück, die auch jetzt in England forschen oder ganz woanders auf der Welt. Aber es kann uns auch gelingen, nicht nur Estland abzubilden, sondern auch auf sowas wie Silicon Valley. Wir müssen eine Einladung aussprechen an Freelancer, an Coworking Spaces. Das muss alles normal sein und nicht bekämpft werden. Ich glaube, das sind Botschaften, die die Welt von uns hören muss. Und dann finden die Leute auch Thüringen attraktiv. Jeder verbindet mit Deutschland was Tolles. Aber es muss halt leicht sein, den Aufenthalt hier zu begründen, wenn ich hier arbeiten möchte. Ich habe gestern mit einer Amerikanerin gesprochen, die sagt, seit anderthalb Jahren von amerikanischer Staatsbürgerin kämpft, sie hier einen Aufenthaltstitel zu kriegen. Das halte ich für absurd. Und sie ist selbstständig, sie will keinem auf der Tasche liegen. Sie will nur gesichert hierbleiben dürfen, damit sie weiß, ich kann mehr und mehr in mein Business investieren. Das ist auch für Banken entscheidend, dass sie Geld geben können. Da stehen wir uns teilweise so auf den Füßen und das muss aufhören. Die Leute, die von außen kommen, wenn sie mit dem festen Willen kommen und wir auch sie einladen, dann sind sie für uns alle eine Bereicherung. Und da haben wir teilweise auch noch das falsche Setup.